Herzliches Willkommen, schön, dass Sie hier sind. Der Strahlemann Finest mit Christine Schütte im Sattel. Die ersten Finest unter dem Sattel zu sehen und hier First Finest Lady. Boncœur. Zweimal in Folge war er Vize-Bundeschampion, seine Galoppade. Und wie gesetzt er das hier umsetzt. Wow. Zweijährige sehen wir jetzt zu Gesicht. Boncœur, Vivaldi, Rohdiamant. Wow. Züchter, die es geschafft haben, eingekirkt zu deinem tollen Sportpferd zu ziehen. Stutfohlen vom Fantastic Scuderia. Tolles Fohlen, super. Dankeschön. Und wenn er reinkommt, füllt er die Halle aus. Durch seine enorme Präsenz. Dieser Fantastic und Christine Schütte. Ein Hengstfohlen, geboren am 8.3., Martinesse Dancier Esprit. Martinesse, diesen Sohn des Millennium. Und hier ist der Vize-Bundeschampion Secret und Jessica Lynn Anderson. Und hier ist der Vize-Bundeschampion Secret und Jessica. Wow. Wunderbar. Dieser, der katapultiert und eine neue Dressur-Dimension. Und hier ist der Vize-Bundeschampion.